Hallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft TMP Limit 6. Ja, wir können gerade im Moment nicht zu meinem Bruder rüber gehen, weil das Ding gerade hier völlig am rumspinnen ist. Warum auch immer. Wir probieren jetzt mal hin zu laufen, ob das vielleicht besser geht. Ich denke aber, dass der völlig überlastet ist gerade. Achso. Achso. Ich probiere einfach mal hin zu laufen. Wir gucken mal, ob das klappt. Moment ... ... heute hinten lädt das schon wieder nicht richtig? doch jetzt Es kommt einfach nach und nach alles langsonster hier rein gestrudelt gestrudelt vorhin die 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 wir kommen nicht weiter das stück abgebaut hier scheiß fliege jedes mal ein bein rein ok er baut tatsächlich noch wollen ja eigentlich nicht da wo ja eigentlich so ein bisschen schräg rüber wir wollen ja eigentlich da hin also eigentlich könnte das auch ohne Probleme schön hingehen eigentlich wohl bis hoffen hm 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 na scheint wo zu klappen der rakotter das wollen wir haben das ist ein normales terrakotter ganz normales terrakotter wunderbar gleich einmal überall durch oh nein ich habe nichts zuerst mitgenommen oder habe ich was zuerst mitgenommen ähhhh nö doch warte da war ein bisschen was ich werde jetzt nicht wieder zurück laufen habe ich irgendwas in der nähe was wir ausplündern können auch nicht wirklich auch nicht wirklich uah uah naaa oh man ey uah überall hängt mich dran fest lass mich ah ja schön haben wir irgendwo was zu essen was wir mal kurz so schnell machen könnten ja es tut mir leid ich brauche das Essen das ist vier stück dann holen wir uns weiß ich gar nicht geht es doch damit wir können auch da oben einfach was rausholen im endeffekt ist das egal äh spinnt der jetzt gerade rum oder danke oh ja ich erinnere mich äh ja es tut mir voll sorry äh können wir das Fett so essen? geht das? können wir das Fleisch zu essen? oh gut ja gut äh 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 캐�gelt äh 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 ап Warum haben wir das gekriegt, keine Ahnung, ist mir auch wurscht, die machen Aua, upsau wir haben erstmal was zu essen, weil zu keilen gehen kann ich ja nicht, das stützt ja mal das Server ab, was ist das eigentlich, Red Rock? Ah, mein Auge juckt, so können wir jetzt wieder in unsere Höhle rein, für den Sinn des Lebens schwappen, die habe ich nicht abgebaut, das war ich nicht. Hier habe ich abgebaut, das war ich. So, den einmal, dann haben wir die hier rein. So, kurz ein bisschen Fleisch fressen und die mal kurz da rein. So, so. Old Rock nehmen wir auch mal einen Stapel mit. Weiß ich gar nicht, kann ich aus dem Elementrium? Dreamwood. Weiß ich gar nicht, kann ich die auseinander nehmen? Mal kurz gucken. Mal kurz gucken zu Hause. Ja doch, nun warte, warte. So, dann haben wir nochmal zwei. So, den nehmen wir hier auch noch mit. Gut. So, den hier rein, den hier rein, den hier rein, den, 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 den. Nö, den hier nicht, aber die hier. Die hier können nochmal rein, die hier können nochmal rein, die, 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 die. Die, 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 die. So, den hier nochmal rein. Das sollte aber jetzt mal reichen. Hoffen wir. Bieten, dass das reicht. Die ganze Zeit bin ich mit den Kindern draußen gesessen. Bei 32 Grad. Ich bin ziemlich durchgebrutzelt gerade. Ich bin gerade froh, dass ich ein bisschen kalt im Büro sitzen kann. Mal eine kurze halbe Stunde und jetzt abkühlen. Warum hat er hier eigentlich so eine riesenlange Vorteile gebaut? Können wir da jetzt hin, ohne dass irgendwas abstürzt? Das sieht voll cool aus. Was ist denn das denn? Oh, okay, die beobachten mich. Warum beobachten die mich? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier für ein Bauwerk? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal wieder nach Hause. Blum, 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 blum. Hat er das alles bei Hand gebaut oder gibt es eigentlich auch so? Hier, du musst von da nach da irgendwie hin kommen. Irgendwie so. Irgendwie so. Kann man das auch einfach offen lassen? Wie immer dahin finden, wo Bürgern hat er das eigentlich gemacht. Ich bin ja eigentlich gar nicht so sicher. Haben wir noch irgendwas zu essen mit? Aber wir haben dann was geschafft. Da ist ja fast da. Was ist da? Hab ich aber nicht. Die kleinen Süßen. Okay, da ist nicht so viel da. Ich muss ja auch immer wieder rausgehen. Aber wir haben schon mal unser erstes M-E-S-E-S-E-M. Zumindest so weit, dass wir da jetzt mal ein bisschen drin was kaufen können. Achso, ich wollte gerade sagen, ich bin doch was da lang. Völlig durch mit dem Thema. Moment. Ja, wo war mir denn bei eigentlich? Warum haben wir... Ach, wir wollten eine Sink bauen. Ah ja. Ich erinnere mich. Einmal Imports Mechanic. Mechanism. Mechanism. Wir brauchen Rohre für Schuide. Hier. Ah, natürlich. Hier brauchen wir Rohre für Schuide. Ne, die hier. Hä? Klar, haben wir hier einmal. Machen wir nicht schwach. Danke. So, und jetzt brauchen wir eine Sink. Das ist ja am einfachsten. Was heißt am einfachsten? Aber... So. Zack. Und dann... Äh, nicht den. Den hier. Äh, den hier brauchen wir jetzt einmal. Ja. Wunderschön. So. Was ist das? Ist da noch so jemand? Warum ist ja der richtige Tür auf? Warte mal. Wenn da tatsächlich die ganze Zeit rumschwimmen war, können wir denen jetzt die Teile einfach... Mh, ne. Können wir nicht. Manu, das regt mich voll auf, dass das nicht geht. Äh, haben wir hier denn noch irgendwas drin? Moment nicht, ne? Dann müssen wir einen anderen Zaun haben. Was ist das denn? Achso. Äh, wie heißt das denn? Fans? Irgendwie einen weißen Zaun? Oh, der sieht aber auch gut aus. Okay. Uh. Das sieht nice aus. Oh, wo kriegt man das her? Das ist jetzt die nächste Frage. Ja. Ja, aber die gehen ja nicht, die alten Teile. Okay. Ah, ja. Was machen wir denn für einen Zaun? Horstfett. Ich finde auch, mhm. Create Deko. Was ist das denn? Was ist das denn? Create Deko. Ach. Ihr hört mich verschickt. Jetzt könnt ihr mich. Create. Create. Hey. Create Deko. Was ist das hier? Nö. Das ist auch Create. Das gehört alles noch mit so Create dazu. Ach, das ist Deko. Oh. Okay. Okay. Uh. Die sind voll nett aus. Oh mein Gott, ist das? Was ist denn Trainall? Okay. Schilder. Oder auch nicht. Copper Support. Ich habe jetzt von Aufbau hätte ich jetzt gedacht, dass es so ein Bausystem für die Schiene ist. Hätte ich jetzt gedacht. Uh. Ist das eine Schranke? Ah. Okay. Gut zu wissen. Aber da steht leider nicht mehr bei, wofür man die braucht. Trampen anbaut. Okay. Wo würde ich Trampen anbauen? Das ist sicher. Ah ja. Das war das Ding. Okay. 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 Dann müssen wir uns endlich überlegen, was wir denn mit unserem Zaum machen. so. Weil das hier, das ist ja. Hm. Das ist. Schon wieder eine Horde. Na ja. Wenn ich euch jetzt lossehe, dann. Oh. Die sind alle oben, oder? Okay. Das ist sehr schräg. Sehr, 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 sehr schräg. Das brennen die jetzt alle gleich. Ein paar verschwinden einfach so in nichts. Ein paar verliehen auch gerne mal den Anschluss. Okay, die brennt tatsächlich. Ja. Das ist ja. Kann ich noch was mit ihr rennen. Da weiß ich wohin. Der Ärmste. Haben wir nur ein hohes Schwert mit dabei? Hat sie sowieso erledigt. Aber ein paar Knochen. Auwe! Ich hab gestürzt. Ich wollte das hier vorne so schmach. Das darf ich das nicht. Ach ja, so wie dem. Das war denn diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.